Kurzfilme können ganz großes Kino sein. Viele von uns wissen das nur leider nicht, weil im Kino und im Fernsehen kaum Kurzfilme laufen. Und das ist ein großes Glück, dass es jetzt jedes Jahr am 21. Dezember den Kurzfilmtag gibt. Also ich persönlich mag diese Streifen sehr als Zuschauer und auch als Schauspieler, denn sie sind eine große Spielwiese für Kreativität, für Spontanität und auch für Experimente. Jedes Jahr entstehen in Deutschland ungefähr 2000 Kurzfilme und mit dem Kurzfilmtag gibt es nun die Chance, diese Filme auch zu zeigen und zu sehen und zwar nicht nur im Fernsehen oder im Kino, sondern auch eher an so untypischen Orten wie Hinterhöfen, Kneipen oder auch im Wohnzimmer. Also macht eure eigene Veranstaltung am 21. Dezember und lasst den Kurzfilm hochnehmen. Euer Ludwig Untertitelung am 21. Dezember